Hallo. Natürlich braucht man während seines Studiums auch ein Dach über dem Kopf. Studentenwohnheime bieten dafür eine günstige Möglichkeit. Im Studentenwohnheim wohnen Studierende unterschiedlicher Fachrichtungen. Gekocht wird meistens in Gemeinschaftsküchen und man teilt sich ein Bad mit seinen Mitbewohnern. Die Mietpreise in Wohnheimen des Studentenwerks sind meistens günstiger als die auf dem freien Wohnungsmarkt, weil der deutsche Staat eine großzügige Spende dazu gibt. Achtung! Plätze im Studentenwohnheim sind sehr begehrt. Es gibt immer mehr Bewerber als Zimmer zur Verfügung stehen. Sobald man seine Bewerbung um einen Studienplatz abgeschickt hat, sollte man sich auch um einen Wohnheimplatz bewerben. Den Nachweis, dass man tatsächlich eingeschrieben ist, muss man dann erst kurz vor dem Einzug vorlegen. Unser Tipp im Studentenwohnheim wohnen viele junge Menschen aus der ganzen Welt. Bei gemeinsamen Kochabenden mit seinen Mitbewohnern kann man exotische Rezepte probieren.